Hey Freunde herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Super Mario Galaxy ja im letzten Part haben wir die Feuer Eruption Galaxy angefangen dort werden wir heute auch weitermachen ich weiß so schon lange kein Super Mario Galaxy mehr gekommen aber jetzt kommt ihr wieder ein Part und Leute wir sind kurz davor ich sag zwar jeden Part irgendwie aber wir sind halt wirklich kurz davor zu beenden noch 20 Sterne das kriegen wir in 5 Parts und 6 Parts noch hin Notfalls mache ich halt einen Part mal ein bisschen länger aber ich denke das sollte doch kein Problem darstellen okay ich bin mal sehr gespannt wie es in dieser Galaxie weitergehen wird wenn man das Mikrofon ein bisschen anders positioniert ich weiß nicht ob es jetzt besser klingt aber ich hoffe ich kriege ein bisschen mehr Bass aus meinem Mikrofon raus bald kommt das neue Mikrofon ich verspreche es euch dass da bald was kommen wird meinem Equipment und Prozent was das angeht so das zu verbessern das habe ich mir fest vorgenommen um aber erst mal wo ich sagen reicht es ja auch das Mikro ist ja noch voll funktionstüchtig um wenn man mal die ganzen Ausfälle nicht beachtet zufällig hoch das geht schon mal nicht haben wir unsere Quittung um wie so zum Fick ist es jetzt kommen wir bitte hier mein Freund du Landessitz nicht in der Laban ne das ist so ein Witz aber ich habe also noch ein Leben hier bei Skandokia abzukrassen ja ja es geht es geht es geht es geht es geht es werden wir hier ans um bezufrieden doch sehr zufrieden aber vielleicht hier einfach hin wenn ich mich überfragt wo wir lang gehen sollen was ist da Kamara bitte bitte da unten ist was bei der Sekunde das will ich jetzt aus 3 bei die Wissenschaft das nix alles klar er hätte ja sein können aber dahinter die Boxen gesehen und so weiter gerade so geschafft Gottes Willen ich bin ich echt was er mal ganz kurz konnte mal hätte er bitte mein Freundchen kommen wieder ah das hätte ich mir schon fast gedacht dass man das so machen muss ähm ok ja das war mal assi das war richtig assi oh lol also das war wirklich nicht das kann man kann man noch nicht einfach so herausfinden als zweijähriger okay nee äh als irgendwie äh vierjähriges Kind oder so der das hier gerade spielt alles klar die Kompetition ist aber hier auch so ein bisschen sehr logisch ne ne freut mich übrigens dass die immer so logisch ist für euch oh er hat mich gerettet wie episch danke mir für die Rettung haha wie geil das ist echt der Geist im Moment meines Lebens ach du scheiße ja du hättest jetzt nicht kommen müssen du Tricksack nämlich hier nicht sterben lol ich dachte ich wäre jetzt tot nein aber jetzt bin ich so ha meine Fresse es geht nicht wahr sein ach ach noch nur leben oh mein Gott wenn ich jetzt sterbe dann bin ich sowas von Game Over Alter ok jetzt One Up brauche ich jetzt aber hier das brauche ich ganz dringend ganz dringend komm her du scheiß One Up wow ja das war eine sehr gute Idee super gemacht ach jetzt bin ich wieder platz ach ne jetzt hab ich ein Game Over super so dass wir schön schneiden hier ja ich glaube ich schneide aber also ich sollte 1 weil wenn nicht das werden bisschen doof euch ne so das sind wir wieder um ähm oh mein Gott wie kann nämlich hier Alter ja na klar ich fühl's gleich ein bisschen ey was ist das denn hier werde ich nur betrogen nur betrogen hier in dieser Drecksgalaxie das hab ich doch grad eben gesehen oder hab ich das grad eben gesehen hier den Shit von grad eben als ich da runtergejumpt bin ich glaub ja schon oh Junge das könnte das tatsächlich ein bisschen halt ich wollte nicht werden hier wenn ich trotzdem konzentrieren um hier könnte noch ein so ein Jahr klar klar doch ja naja ist nee ist klar mein Freundchen ja ist es doch so ein scheiß hier dort ist will also tut mir leid Leute aber so langsam so langsam ist hier wirklich mal Schluss und mittlerweile stattdessen ist es kommt alles so bekannt vor hier so ich zeigte ja nur Ideen wohl jedoch nicht das ist jetzt neu also verstehe ich weil das ist ein grandioses Spiel aber ich weiß es nicht halt im Moment hat sogar noch dass sie so grad rausgekommen will ich natürlich das lieber spielen also versteht mich nicht falsch denke mal hier versteht mich alle aber Spaß machen tut es mir trotzdem also ganz ehrlich ich will jetzt auch wirklich nicht lügen oder so ähnlich Spaß machen tut es mir allemal nämlich Mario games macht immer Spaß jede Uhrzeit jeden Tag egal wann egal wo egal wie machen Mario games eigentlich Spaß ich habe 2d games tatsächlich so lange schon nicht mehr angepackt außer jetzt mal nur Apokalypse let's play was übrigens echt cool ist also könntet ihr wirklich gerne mal vorbeischauen würde mich echt mega freuen jetzt mal kurz machen könnte das ist ja nicht schnell schnell gemacht und ja ich dachte ich dachte aus dem Grund weil ich jetzt sterbe sehr geil sehr geil man jammern nochmal gestorben hey ist das nicht fangen hier wuhu geil oh mad alter ich freue mich hier gerade richtig diese Galaxie hier man so ne scheiße alter also sowas so ne schlechte Galaxie hab ich echt schon lange nicht mehr erlebt ey also irgendwie gefällt sie mir nicht sie hat mich alter sie triggert ja klar doch weißt du ja gib mir die Münze durch Spaß nein boah Mario ey mach mir doch jetzt keine ja keine Probleme hier meine Güte also versteht ja ist jetzt gut versteht mich nicht falsch über diese Galaxie geht mir grad sowas von auf den Kranz ey okay und jetzt lass doch mal diesen euren Penner da in Ruhe Alter der hat doch nichts getan hier ich bin dein Ziel direkiger Bonserbill ey so bitte Bonserbill funktioniert holy fuck holy holy shit und wenn du mich jetzt daran hinderst werde ich dich langsam zerstückeln wenn du stirbst ja macht Sinn ähm nee die Person sieht auch voll seltsam aus irgendwie sieht irgendwie total unpassend aus guck mal achtet mal da drauf hey die sind irgendwie so hochauflösend das passt überhaupt nicht zu SMG mein ja sag mal was ist das denn nur scheißhaufen sind hier diese diese komischen boah das macht mich so wütend gerade im Moment ich weiß gar nicht was mich jetzt sowieso triggert aber diese dummen Bonserbill ja natürlich jetzt ja okay ich hab aber noch ein Backup das ist gut Mann das ist doch echt ein Witz hier so ne Scheiße ja wahrscheinlich oder Gottes Willen Alter jetzt geh da rein man schon zwölf Minuten für den ersten Stern das ist sowas von ja ne ist klar man ey du scheiß wie wenn du mich jetzt zu sterben alter okay diesen Ball ich hasse ihn einfach ich hasse ihn ich hasse diese Galaxie jetzt schon wie so mega alter sie passt mir einfach nicht es gibt so Galaxien wieso hab ich denn den Umweg gemacht Junge wenn du jetzt hier noch einmal stirbst ne dann heißt es aber ade du dann heißt es echt ja gut das war jetzt meine Schuld das war jetzt nicht wär jetzt nicht irgendwie so ne scheiß ach Mensch ey weil ich meine Wienvermittlung aus Schrecken zurückgezogen habe also entweder ich probiere es noch einmal diesen Weg hier zu gehen und dann ne du kannst mich mal du scheiß Spiel ja du kannst Mann wieso triggert mich das gerade so mega alter ich weiß es grad echt nicht aber ich bin grad super salty alter du verdammtes motion controlling du bist so schlecht das glaubt das glaubt ihr doch keiner meine weiß vom vier mh 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 bleib stehen bleib stehe ich warne dich mario ich war nicht ein bisschen aufpassen muss man ja schon hier geht durch 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 man einfach durch hier ja man ja man ja ich bin so idiot ich dachte ich lande noch auf dem spaß felsen darf ich bin fast gestorben also wenn ich jetzt game over hier dann heißt es ade dann heißt es sowas von ade mein freund jetzt muss ich richtig vorsichtig spielt mal so richtig vorsichtig das meine ich ernst das meine ich ernst junge jannis klar vor verdammt noch eins ich also ich gott es ist gerade richtig scheiße hier man das ist sowas von scheiße dieser ball gottes willen man kann ja nicht mal richtig steuern das ist sowas von an der kotze meine güte nintendo könnt ihr auch mal was richtig programmieren hier nicht so eine scheiße ja was war das denn jetzt werde ich auch noch schissen was ist das denn man ich werde gleich heiser hier und krieg aids so ich probiere das ist normal bitte bremst nicht noch mal so ich bremse jetzt und pfeil ist vielleicht geht das ja auch so all das also so ist also die methode wie man das machen kann doch schon nicht jetzt ist hier nur dann extra gemacht dass man da brennen muss solche kleinen diesen mies fieslinge alter schwede ich warte ich warte ich warte auf so ein fettes teil ja ich bin doch kein ich bin zwar okay ich bin kein weichheitiger auch gott ja wahrscheinlich man muss so ein fettes teilnehmen ich glaube man muss sogar so ein fettes teilnehmen was ist das denn wenn ich jetzt die game over gehen ich flippe aus ich flippe ist sowas von aus ich spiele gerade sowas von risky spiele gerade sowas von risky einfach nur das könnte doch mir wahrscheinlich keiner niemand den entwickler glaubt mir hat wahrscheinlich weiß was fick die game ich ja genau wieso springst du denn nicht noch mal mario ich bin noch mal gesprungen auch gottes man diese paar hat wieder so überlänge weil ich will mindestens zwei sterne noch schaffen so berichten sogar sogar mutter hell einfach nur wth ist das hier mit momentan das ist sowas von wth ist es hoch kommt ja mann ich hab's geschafft endlich es war nicht schwer es war wirklich nicht schwierig es war wirklich nicht schwierig ja doch ich hab mich hier angestellt wieder wie so ein voll spaß die alter wie ein voll spaß ohne witz verstehe nicht was marios problem in diesem fall ist es doch wirklich einfach nur dreck da muss ich kurz aufstoßen heiei also das darf ich mir jetzt richtig aufgeregt richtig aufgeregt aber sowas von richtig aufgeregt das glaubt mir wahrscheinlich nie wie aufgeregt ich mich da zart habe was für eine kotze ja mann ja ein risikokomet sogar was ist das eigentlich ist wo alles stammt ist schmerzlager so ein licht mann für die komplizierte zweite stelle bitte bitte nicht bitte nicht der feuerkessel war das der zweite stern bitte nicht ich will nicht den zweiten stern noch mal machen okay das war nicht die zweite stern sehr gut wie juli 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 das hätte es auch zuerst gegeben durch das hätte es auch wirklich nur sich geben dann wenn ich jetzt dann werde ich ausgeflitzt ach das ist ein risikokomet ja wie ich habe nur treppen treffen lassen ja gut ich habe aber anzeite der welt nur da kann ich mich nicht alle zeiten werden lassen aber irgendwie ich habe so oft wie es geht juli juli unterwegs unterwegs hat das ist die sonstigen drogen genommen haben oder so kann ja wirklich sein dass mir eine heimliche irgendwie sowas Prozent rektal oder wenn wer was einführt egal wie das ist doch eigentlich egal wie aber what the fuck diga ich ja nee ist klar das kann ich auch voraussehen nintendo ne weil ich meine diese scheißgrad nur 480p maximal hat alter schweiler 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 das ist ganz schön ganz schön hässig hier von nintendo was die hier abziehen eigentlich finde ich das schon unangemessen hier ganz schöne ganz schöne lause buben ne von nintendo da meine güte so das war jetzt in alldeutsches alldeutsches zitat ich ich könnte mich umbringen ich habe ein game over aber halt so schlimm leute wir sind ja jetzt ja nicht das ist ja ein gysi kukumet also es ist okay game over zu gehen nur das blöde ich darf wieder schneiden oh gott okay dann sind wir wieder das ist mir ein bisschen beruhigt ich gebe mir die ganze sache ruhig an und gekonnt also leute macht euch auf macht euch auf was gefasst huiuiui also ich muss ganz ehrlich sagen ich war gerade leicht wütend es hat aber auch eigentlich nichts wegen dem spiel zu tun also tut mir echt leid leute aber es liegt glaube ich momentan eher so am stress und nicht so am spiel wieso machst du denn keinen ansprung ach sag mal das ist doch echt ein witz oder meine fresse es kann doch nicht sein dieses spiel das macht mich gerade so wütend ich könnte heulen ich könnte heulen meine güte es ist so eine scheiße diese galaxie ist kotze alter ich hasse sie ich hasse sie ich verbannen sie alter meine güte was ist denn das das ist doch nicht mal feuerbar hier einfach das ist doch nur noch scheiße alter das ist doch nur noch kacke ihr könnt kotzen ohne witz ohne witz ihr könnt sowas von kotzen jetzt mach doch mal bitte was richtig Mario bitte bitte Mario bitte 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 ich pflege dich an sag mal so hoch da bitte so bitte Mario mach da jetzt einfach ein Wandspruch oder ich werde dich töten okay ey was war das ey was ist das für ne scheiße ach Junge ich nehme jetzt hier schon seit 23 Minuten auf 24 scheißbrech Fickminuten man und nein ich ich will nicht mehr man was ist das denn für ne scheiße so ne kacke aber auch ey man draußen wird es schon dunkel so ne scheiße ich wollte alter wisst ihr Leute was ich heute noch eigentlich schaffen wollte so viel alter schaffe ich doch jetzt Leben nicht mehr ficken sondern scheiße aber auch ey also mal allein aber ich glaube diese Folge ist ja 18 so eine scheiße das macht mich so wütend gerade nach dem Stern habe ich aber echt ne Pause machen da hab ich mir wohl ne Pause auch verdient so scheiße jetzt bitte verpiss die mit deinem Drecksfeuer ja dankeschön man das ist doch nicht so schwer gewesen Mario oder du kleiner Knecht du Hund alter ohne Witz man ist das jetzt schwer gewesen hier ist ja nix ja wer weckt denn jetzt ja nur wieso machst du das nicht einfach weg ey wenn da nix ist so ne scheiße das ist so ne Mary Verschwendung das ist doch einfach nur noch nicht mehr zu fassen hier los geh einfach weiter du kleiner Knecht alter ich schwitze richtig oder sind das die Batterien hier gerade auch überlaufen oder was ist hier los nein 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 oh Gott ach so alter könnte auch die Batterien sein theoretisch aber weiß was ich würde mich null jucken alter momentan würde es mich echt nicht jucken so eine Kotze ich habe jetzt echt keine Lust mehr man echt keine Lust mehr einfach simpel keine Lust einfach keine Bock einfach niente Digga niente du kleiner Spast was hast du getan Mario was sag mir doch einfach was meine ach schon wieder game over das ist ja toll du scheiße man ne man ich habe jetzt keine Bock mehr ich habe jetzt keine Lust mehr sowas von nicht mehr alter einfach mal nein Digga einfach mal nein ich habe jetzt keinen Bock mehr Digga ne fuck you all alter boah ich könnte kotzen ich könnte kotzen ich könnte kotzen okay Leute hier sind wir wieder all die 36 Minuten rohe Zeitaufnahme mittlerweile ich habe erst einen Stern geschafft ich bin sowas von fucking pisst ich habe mich jetzt schon zurückgehalten muss ich ganz ehrlich gestehen das heißt gestehen Digga muss ich ganz ehrlich sagen und bin auch stolz drauf dass ich das geschafft habe durchaus und wehe wehe jemand von euch Grattlern trifft mich hier nochmal dann heißt es aber HD mein Boy dann heißt es HD HD genau dann heißt es HD genau Digga genau dann heißt es nämlich HD und ich breche ich breche wow alter ihr kleinen miesen Mongolen alter wenn ihr mich jetzt getroffen hättet ihr wärt sowas von tot gewesen wenn ich jetzt wenn ich jetzt hier fehle wenn ich jetzt hier fehle ich mache hier kein Risiko ich rede auch wenig ja ich werde mich jetzt hier im Maximum konzentrieren wenn ich jetzt hier hier in irgendeiner fucking Weise fehle dann werde ich hier aber meine wahre sich zu spüren gekommen oh mein Gott das war zu risky das war viel zu risky niemals 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 nenne ich sowas nochmal machen alter in diesem Drecksstern hoffe ich zumindest scheiße alter holy 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 Gott alter ficken wenn ich jetzt hier sterbe man wenn ich jetzt hier sterbe dann ist es aber aus alter dann ist es sowas von aus brech ab du Dreckser brech doch einfach holy nein nein die waren sie aber angst man ich habe richtig angst wenn ich jetzt hier sterbe man was passiert dann alter das war nur Troll das war nur Troll oder war es Troll war es Troll war es Troll oder nicht war es Troll oder nicht war es nicht was nicht was nicht oh 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 Junge nö Digga schneller man schneller Mario du bist zu langsam du kleiner dieser Grapler nein mhm wow 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 alter alter mhm okay da ist der Stern ich seh ihn schon ich seh ihn schon da ist mir noch ein Wichser den muss ich voll umbringen ja man ja man ja man ja man ja man ja ja bitte 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 liebe Gott ja 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 was war doch so schwer es ist doch nur so eine Drecksmission gewesen sie noch nicht mal wie schwer sein sollte oder so ich könnte Gott alter 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 jetzt bin ich aber richtig fertig Leute ich nehme jetzt hier seit 40 Minuten auf seit fast 40 Minuten 39 Minuten und 22 24 Sekunden boah Junge Also, das, das war jetzt, das war nicht, nicht schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich bin jetzt richtig sauer, ja. Wir haben 2007 Sternteile, lustiger Name, äh, lustiger, lustiger Zahl. Da ist, glaube ich, auch mal, äh, das ist noch gar nichts hier rausgekommen, oder? Ist es 2007 erschienen? Ich glaube schon, oder? Oder war es 2007 das erste Mal announced? Leute, ich hoffe, es hat euch dieser Part wenigstens unterhalten, wenigstens euch unterhalten. Ich, ich hatte jetzt meinen Spaß daran nicht unbedingt, aber... Der kommt noch, der kommt bestimmt in den nächsten Parts zurück, denn wir werden jetzt bald auch die Gummelo mal anfangen, wenn wir hier mit dem Dreck hier fertig sind. Leute, wir haben fast die 100 Sterne. Drückt mir die Daumen, dass wir das noch, äh, schaffen. In unter 40 Parts habe ich mir eigentlich vorgenommen. Ich würde sagen, äh, haut rein, Leute. Ciao.